Was geht ab liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal No Time MMA Freunde. Floyd Mayweather hat sein aktuelles Nettovermögen einfach enthüllt und das wird viele von euch schockieren, obwohl man schon vor vier Jahren wusste, was Floyd Mayweather eigentlich ungefähr verdient hat. Und wenn euch das Video gefällt, lasst doch unbedingt gerne ein Like und ein Abo da Freunde. Denn der frühere Pound4PoundKing mit einem 50 zu 0 Rekord ist ja in den Ruhestand gegangen, nach dem Conor McGregor Fight, nach dem Blockbuster-Fight gegen Manny Pacquiao und Conor McGregor. Er hat hier auch die Summen veröffentlicht, die er dort eigentlich genau verdient hat und was er genau dazu gesagt hat. Denn Mayweather sagte in der Show Million Dollars Worth of Game, ich hätte lieber die Währung als das Vermächtnis, mein Vermächtnis ist bereits in Stein gemeißelt. Sie sagen, Mayweather macht Exhibitions, das ist schlecht für den Boxsport. Am Ende des Tages ist meine Mutter Millionärin, mein Vater ist Millionär und meine Kinder sind Millionäre. Mein kleiner, fünf Monate alter Enkel ist ein Multimillionär und er weiß es nicht mal. Mayweather sagte, er habe 300 Millionen Dollar verdient, um Manny Pacquiao zu schlagen und das ist auch das zweitgrößte Pay-Per-View aller Zeiten, denn das Größte war Floyd Mayweather vs. Conor McGregor. 350 Millionen Dollar hat er verdient, um Conor McGregor zu schlagen, um ihn zu besiegen, mit allem Drum und Dran und das Netto. Floyd Mayweather erklärte, dass er dank verschiedener Investitionsrenditen auch im Ruhestand noch jede Woche weitere Millionen verdient. Auf die Frage, ob er derzeit ein Milliardär sei, antwortete Mayweather, ich habe eine Milliarde verdient. Das habe ich aber schon vor vier Jahren erreicht. Vor vier Jahren also war Floyd Mayweather schon Milliardärfreunde. Das ist unnormal. Jetzt sagt Floyd Mayweather, jetzt habe ich einen Netto-Wert, ein Netto-Vermögen von über 1,2 Milliarden Dollar, Freunde. Ich wusste von Anfang an, dass ich der beste im Boxen bin vom ersten Tag an. Ich wusste einfach, dass ich besser war als jeder andere Boxer. Es wird nie einen Kämpfer geben, der besser ist als ich. Niemals fügte Floyd Mayweather dann hinzu. Nennen Sie mir einen anderen Boxer, der 16 Weltmeister in Folge geschlagen hat. Nennen Sie mir einen anderen Boxer, der in nur zwei Kämpfen 650 Millionen Dollar verdient hat. In dem Kampf mit Manny Pacquiao, da habe ich 300 verdient. Für McGregor habe ich 350 Millionen verdient, sagte Floyd Mayweather. Und das ist unnormal, Freunde. 1,2 Milliarden Dollar. Ich denke wirklich, dass er verdient, der reichste Sportler auf diesem Planeten ist und das ist wirklich einfach eine unnormal krasse Summe. Mayweather wurde dann auch noch gefragt, ob er es in Betracht ziehen würde, für einen letzten ernsthaften Kampf zum Boxen zurückzukehren, wenn man ihm einen rekordverdächtigen Zahltag von 500 Millionen Dollar anbieten würde. Er schloss damit ab und sagte, meine Gesundheit ist mein Reichtum. Kein Geldbetrag ist meine Gesundheit wert. Kein Geldbetrag. Und wir alle wissen, Canelo Alvarez will das Rematch mit Floyd Mayweather haben, weil das der einzige ist, der ihm eine Niederlage hinzugefügt hat. Aber Floyd Mayweather ist nun mal gerade 44 Jahre alt und Canelo ist in seiner Prime. Es macht also keinen Sinn mehr, diesen Kampf zu machen. Und deshalb ist es auch legitim und klug, dass er sagt, nein, das mache ich nicht. Aber ich bin immer noch ein kluge Geschäftsmann, sagt er, wenn wir jetzt über einen Logan Paul, einem YouTuber sprechen, für den ich einfach mal so 100 Millionen kriege, dann give me that. Dann gib mir das. Das ist unnormal, Freunde. Floyd Mayweather ist einfach ein Billionär und das mit einem krassen, krassen Vermögen. Eure Mann, dazu würde mich sehr in den Kommentaren interessieren. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei NoTimeMA.